Wenn jemand mit einer Schusswaffe kommt, dann wehrst du dich nicht immer, dann gibst du die Ware. Herzlich willkommen zu Grasland, dem neuen Weiß-Podcast zur Cannabis-Legalisierung. Legalisierung heißt, die Bundesregierung arbeitet gerade daran, Cannabis für Erwachsene freizugeben. Bisher gilt aber noch, Cannabis ist illegal, verboten und dadurch gibt es auch gestrecktes Gras und Leute wandern in den Knast. Ihr seht also, es gibt relativ viel zu besprechen. Ich bin Tim Geier und ich habe mich bei Weiß in den letzten Jahren viel mit den Themen Cannabis und Drogenpolitik beschäftigt. Und ich will euch mitnehmen auf diese Reise von der Illegalität in die Legalität. Und ja, auf diesem Weg, den wir zusammen in diesem Podcast gehen werden, werden wir einige interessante Charaktere treffen. Und als erstes spreche ich heute mit jemandem, der diese illegalen Aspekte von Cannabis sehr gut kennt, denn er war jahrelang selbst Teil von dieser Szene. Herzlich willkommen, Banks. Hi. Erzähl doch mal, was machst du eigentlich, wer bist du eigentlich? Ja, meinen echten Namen werde ich euch nicht sagen, aber laut Staatsanwaltschaft und Kripo habe ich eine längere Zeit einen größeren Stil Cannabis verkauft, war angeblich Teil dieser Szene. Und ja, das Ermittlungsverfahren läuft noch und schauen wir mal, was da so rauskommt. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir hier sagen. Aber man kann schon mal so viel vorausschicken, das ist eine relativ spannende Story und darüber werden wir auch noch reden. Ich möchte jetzt aber erst mal über ein anderes Thema sprechen, das die Cannabis-Legalisierung verändern wird für Konsumentinnen und Konsumenten. Und das ist, wie sie an Cannabis kommen. Momentan ist das ja alles noch illegal. Und damit wir besser darüber reden können, würde ich mir das mal mit dir zusammen genauer anschauen. Ich glaube, du kennst dich da ein bisschen besser aus. Also wie läuft es eigentlich gerade? Wie kommen Leute an Gras? Welche Wege gibt es da so? Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Aber das Bild von der Hippie, der ein bisschen Cannabis anbaut und im Freundeskreis verteilt, was vielleicht noch so die ältere Generation hat, das trifft eher nicht mehr so zu. Das ist halt ein Riesenmarkt, mehrere Milliarden im Jahr. Und das ruft natürlich die organisierte Kriminalität hervor. Da wollen natürlich viele ein Stück vom Kuchen abhaben und da mischen eigentlich so ziemlich alle mit. Okay, das heißt aber, gehen die Leute in den Park, wie man das so klischee-mäßig kennt irgendwie? In Berlin gibt es den Görlitzer Park oder ich habe auch mal gehört, es gibt so Boutique-Services, die bei dir zu Hause mit dem Fahrrad vorbeikommen und zehn verschiedene Sorten Cannabis haben. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Wir wollen jetzt nicht anleiten, aber es sind ja einfach die Realitäten. Also so den Boutique-Service, den gibt es wahrscheinlich eher hier in Berlin. Ansonsten nicht. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. So der Görlitzer Park oder Bahnhof, so wie man sich das so klischee-mäßig vorstellt. Und das ist maximal ein Prozent vom Handel. Also wirklich maximal, da gehen eigentlich nur Touristen, die gar keinen Plan haben, wo sie sich irgendwas holen sollen oder so. Oder halt Leute, die gar keine Kontakte irgendwie haben zu niemandem. Es gibt ein paar Trends. Also auf der einen Seite, es gab das Darknet, das ist jetzt ausgestorben im Bereich Drogen. Okay. Fast ausgestorben. Kannst du da kurz ein bisschen Kontext geben, warum ausgestorben? Haben die Cops das sozusagen dicht gemacht? Ja gut, da wurden ein paar Plattformen dicht gemacht. Ich kenne mich jetzt beim Darknet jetzt nicht so genau aus, aber es ist einfach nicht mehr so bequem. Also für Drogen kaufen, da will keiner als Darknet für gehen. Okay. Da gibt es dann verschiedene Apps, wie Wikami zum Beispiel, wo man mit den Leuten schreiben kann. Aber an sich, die Kunden erreichen tun, die meistens dann über Telegram-Kanäle oder einfach Instagram. Okay, und das sind dann diese Services, die bei dir zu Hause vorbeikommen? Genau, so wenn du bei Instagram siehst, so Cannabis-Seiten, wo dann steht Not for Sale, dann weißt du mal, da gibt es was zu kaufen. Okay, alles klar, alles klar. Und wenn du die anschreibst, dann bekommst du halt, ja die, zum Beispiel von Wikami, das ist ein verschlüsselter Messenger eigentlich, ganz normaler Messenger, aber halt ein bisschen sicherer wie jetzt WhatsApp oder auch sicherer wie Telegram. Und da bekommt man eben die Wikai-ID, kann mit den Leuten schreiben, bekommt man meistens so ein Menü zugeschickt, also quasi den Katalog und bezahlt wird dann über Bitcoin und ja die ganzen Kryptowährungen halt. Das heißt, man kann es einfach öffentlich im Internet kaufen und jeder kann da mitmachen? Ja, im Prinzip schon, man muss natürlich nur wissen, was man auch bei Instagram zum Beispiel eingibt oder die Kanäle von den Telegram-Dealern muss man finden. Und da ist halt das Problem, dass die meisten, oder nicht die meisten, aber ein großer Teil sind schon Scammer. Also Leute, die das anbieten und dann keine Ware liefern. Okay. Da gibt es so ein paar wenige solide. Und ja, die Accounts wollen wir jetzt natürlich nicht nennen, ich glaube, dann würden wir ein bisschen Probleme bekommen. Aber ist alles online oder gibt es auch noch dieses von Freunden von Freunden? Ja, auf jeden Fall, das ist immer noch der Großteil vom Markt. Also dieses, was wir vorhin erwähnt hatten mit am Bahnhof oder so klischee-mäßig, das ist wie gesagt fast gar nichts vom Markt. Online, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Prozent oder so. Und das meiste läuft halt immer noch klassisch, nur dass die Lieferketten eben professionalisierter sind. Da gibt es große Plantagen in Deutschland, Holland, Spanien oder auch Albanien und so noch. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wir haben jetzt so mal geklärt, es gibt die verschiedenen Wege, wie die Konsumierenden an das Gras kommen. Aber wie kommen eigentlich Leute in diesem Business an das Gras? Also lass uns mal den Weg zurückverfolgen vom Endkonsumenten über den Straßendealer, über den Wickemi-Telegram-Dealer bis hin zur Quelle sozusagen. Ja, also es gibt da ganz viele verschiedene Wege. Also es gibt ein paar Leute, die bauen relativ im kleinen oder mittleren Stil an, verkaufen das dann direkt an ihre Kunden oder an wieder Zwischenhändler, die es weiterverkaufen. Und der Großteil vom Markt, also weit über 90 Prozent, ist aber top durchorganisiert. Also wir mischen eigentlich alle Gruppierungen und Nationalitäten so mit, die so in der organisierten Kriminalität Fuß gefasst haben, sag ich mal. Ja, Plantagen, also Holland, Deutschland, Spanien, würde ich sagen, sind große Produzenten. Albanien noch und es kommt aber auch teilweise sogar aus, ich glaube sogar aus Afrika kommt ein bisschen was. Also habe ich mal gehört, aber das ist jetzt nicht der große Teil. Also Spanien ist, würde ich sagen, Nummer eins in Deutschland. Also hat Holland eindeutig abgelöst. Und das sind dann, das kommt dann alles aus so Indoor-Plantagen, Gewächshäusern oder sind das große Felder? Die lassen sich in Holland ja wahrscheinlich schlecht verstecken, in Albanien vielleicht schon ein bisschen besser. Also wo kommt das Zeug da konkret dann her? Das meiste ist Indoor-Inbau auf jeden Fall. Also wenn man, so Outdoor-Sorten, die bekommt man kaum weg. Also das will keiner. So Hecke nennt man das so. Und das will keiner, weil die Wirkung nicht so stark ist oder warum ist das so? Also ich persönlich zum Beispiel würde ich lieber einen biologisch angebauten Outdoor-Strain rauchen, aber die Leute wollen halt keine Blätter dran, ganz dicht, hartzig, funkelnd. Also den Bilderbuchbad wollen die Leute. Natürlich, da kommen wir dann später noch drauf, dass es auch andere Wege gibt, aber wenn sauberes Cannabis hier auf dem Markt ist, dann ist das fast immer Indoor-Anbau. Okay, alles klar. Und dann kommt es von den Plantagen zu einem Zwischenhändler, der das dann zu dir oder beziehungsweise zu Leuten bringt, die das direkt an den Endkunden verkaufen oder wie viele Steps sind da noch dazwischen drin? Das kommt halt immer drauf an. Wie gesagt, wenn jemand etwas Kleines anbaut und das direkt dann im Freundeskreis verkauft, was die Ausnahme ist, was einen kleinen Teil vom Markt macht. Aber der Hauptteil, also nehmen wir mal so den Standardfall, in Spanien ist eine große Plantage. Da besetzen die teilweise auch Häuser, machen da 300 Pflanzen rein, wenn irgendwelche Millionäre gerade im Winter halt nicht in ihrem Ferienhaus sind. Wirklich? Da gab es wirklich Fälle, das denkst du dir jetzt nicht aus? Nee, das ist gang und gäbe. Okay, crazy. Und es gibt halt auch viele normal, wie hier halt in Deutschland auch, versteckte Indoor-Plantagen. Also in Industriehallen, in irgendwelchen Kellern. Also da ist auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Leute haben auch schon Container umgebaut. Und dann kommt da jemand vorbei und lädt den Kofferraum voll mit eingeschweißter, abgepackter Ware im Kilo-Bereich. Also so von Spanien nach Deutschland, so der klassische Fall, so 50 Kilo würde ich mal sagen oder 100 Kilo in irgendeinem LKW, wo irgendeine Ware drin ist und halt möglichst gut versteckt. Und dann halt rüber über die Grenze. So wird ja kaum was kontrolliert. Dank Schwenken und die, wie soll ich sagen, die LKWs, die rausgefischt werden, das ist einfach nur, das wird quasi in die Gewinn-Verlust-Rechnung einfach mit eingerechnet. Das ist dann so vielleicht ein halbes Prozent oder so, was man mal verliert im Schnitt. Dann hier in Deutschland, nehmen wir mal an, dann nimmt das hier jemand an, die 50 Kilo, sagen wir, verteilt das dann an Leute, die jeweils vielleicht 5 Kilo nehmen oder so. Die verteilen das dann an ihre Leute, die dann, ich weiß, ein halbes Kilo nehmen oder 200 Gramm oder so. Und die verkaufen das dann an die Endkunden. Das ist der Standardfall, sag ich mal. Okay, und in jedem Schritt wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer dann. Genau, klar. Jeder will was verdienen. Ja, blöde Frage, klar. In Spanien kostet es so um die, wenn man 50 Kilo nimmt, vielleicht so ein Euro bis zwei Euro so bei guter Qualität. Je Kilos werden so drei bis, teilweise habe ich ja schon gehört, so sieben Euro sogar. Also bei guten Cali-Strains zum Beispiel. Du hast jetzt gerade Kilos gesagt, du meinst eigentlich Grammpreise, richtig? Genauso, man nennt immer den Kurs, also wenn es um Kilo geht, trotzdem nennt man dann den Grammpreis, den man bei einer Abnahme von einem Kilo nimmt. Okay, verstehe, alles klar. Also es kommt natürlich immer darauf an, also in Bayern zum Beispiel ist es sehr teuer. In Hamburg, Berlin ist es, denke ich mal, ein bisschen günstiger wie dort. NRW ist es auch ein bisschen günstiger, einfach weil es halt krimineller ist. Alles klar, ein größeres Risiko. Also kurz gesagt, umso weniger Kriminalität in dem Bereich ist, umso höher sind die Preise auch. Also in Bayern, ich weiß nicht, was die da zahlen, aber die zahlen bestimmt 15 Euro das Gramm oder so. Okay, das heißt... Also jetzt der Endkonsument. Ja, genau, da wären wir dann wieder beim Endkonsument angekommen. Das ist sozusagen die Realität für die Konsumentinnen und den Konsumenten. Und man sieht, da steckt aber eine krasse Maschinerie dahinter, die sehr durchorganisiert ist mit sehr vielen Teilnehmern. Und das interessiert mich natürlich auch, wie es dann ist, in dieser Welt drin zu sein. Also ist es wirklich so, man steht auf, man macht ein paar Deals und tausende von Euros kommen einfach nur so rein? Oder ist es auch sehr stressig? Also wie war das bei dir? Ist es easy life oder ist es living on the edge eher? Also die, ich muss halt so reden, die Kunstfigur Banks hatte sehr viel Stress. Manchmal wird da schon dann aus dem Schlaf geklingelt. Ja, dann fährt man. Also es gibt, die einen machen es so, die einen so. Also jemand, der ein bisschen an ein paar Kollegen was verkäuft, der macht das natürlich irgendwie neben dem Studium oder neben dem Beruf. Viele haben auch einfach einen Beruf dann noch für das öffentliche Bild. Irgendwo muss ja auch das Geld offiziell herkommen, wenn sie jetzt nicht irgendwelche Läden oder so haben. Es kommt natürlich darauf an, also wenn man gute Kontakte hat, zum Beispiel irgendwie durch die Familie oder so, dann kann man natürlich ganz anders einsteigen oder wenn man ein hohes Startkapital hat. Die meisten fangen aber klein an. Also die Kunstfigur Banks hat sich beim ersten Mal einfach irgendwie, ich weiß nicht, 50 Gramm auf Kombi geholt oder so. Auf Kombi, was heißt das? Auf Kombi also, dass man das Geld, also man bekommt die Ware und wenn man es verkauft hat, dann zahlt man das Geld an. Alles klar. Und dann baut sich das so auf. Also wenn man, wie soll ich sagen, zuverlässig ist und gute Ware hat, dann spricht sich das sehr schnell rum und dann wächst der Kundenkreis. Dann sind es irgendwann auch nicht nur Leute, die selbst das rauchen, sondern die sagen, hier, ich habe noch einen Kollegen, verkauft es weiter. Dann kommt auch einer, hier, ich habe ganz viele Leute, ich gebe mir mal 100 mit und dann wird das immer größer und das kann schnell gehen. Wenn, es kommt halt ganz drauf an. Also man kann in diesen Markt sehr schnell einsteigen und sehr erfolgreich sein, aber dann muss man schon wissen, was man macht. Und muss auch die Kontakte natürlich haben. Okay. Und das Startkapital. Und das heißt, okay, die geschäftliche Seite läuft dann gut, aber es gibt ja auch die Seite der Staatsgewalt, die die ganze Zeit einem dieses Geschäft wegnehmen möchte. Also wie ist das dann die ganze Zeit auf der Hut vor der Polizei, den Ermittlungsbehörden zu sein? Ja gut, nicht nur die Ermittlungsbehörden wollen einem das Geschäft wegnehmen, sondern natürlich ist es auch ein sehr konkurrenzstarker Markt. Also wo so viel Geld gemacht wird, mehrere Milliarden im Jahr, dann will halt jeder das größte Stück vom Kuchen haben. Und deswegen ist eigentlich eher die Gefahr von anderen Gruppierungen oder anderen Leuten aus der Szene, dass die einen rippen wollen, dass die den Bunker rausfinden. So Sachen sind eher die Gefahren. Also die Ermittlungsbehörden sind eher so, die schweben so im Hinterkopf. Okay, alles klar. Ganz kurz, du hast gerade Bunker erwähnt für die Leute, die nicht so im Thema drin sind. Das ist quasi der Ort, wo man sein Lager hat, wo man die Ware einfach versteckt. Genau, also manchmal auch mehrere Bunker. Zum Beispiel ein Bunker fürs Geld, ein Bunker fürs Handy, ein Bunker für die Ware. Es kommt halt darauf an, wie professionell man das Ganze angeht. Aber der Standard ist, also wenn jetzt jemand irgendwie, ich weiß nicht, also 20 Gramm bunkert normalerweise keiner jetzt woanders, dann macht man den Aufwand nicht, weil da die Strafe einfach nicht so hoch zu erwarten ist. Aber bei größeren Mengen, dann hat jeder einen Bunker. Also keiner tut irgendwie Kilos zu Hause bunkern. Okay, was ist so der unerwartetste Bunker, von dem du mal gehört hast? Der unerwartetste Bunker? Was ist so das beste Versteck? Da gibt es viel. Von was habe ich schon gehört? Ja gut, so Gartenhütten, Garagen gibt es oft, sehr oft auch Wohnungen von einfach anderen Personen, die halt ein sauberes Führungszeugnis haben, ein sehr unauffälliges Leben haben, die dann ihre Wohnung zur Verfügung stellen und dafür dann halt ein bisschen Ware bekommen oder Geld bekommen. Autos zum Beispiel, die einfach irgendwo stehen, die sind einfach nur im Bunker, die sind dann auf irgendjemand angemeldet, der auch nichts damit zu tun hat. Okay. Oder irgendwo, wo halt keine Kameras sind. Was gibt es denn noch? Ja gut, ich habe auch mal gehört, einer hat einen ziemlich dummen Bunker gewählt, einfach in so einem Gebüsch, mitten in so einem Park und das war dann halt weg. Das waren, glaube ich, zwei Kilo oder so, die waren einfach weg. Oh, zwei Kilo in einem Gebüsch ist, glaube ich, ganz schön viel. Das findet man wahrscheinlich auch recht schnell, also so als Passant. Okay, wir haben jetzt gelernt, was ein Bunker ist. Du hast jetzt von Rippen, von Abrippen gesprochen. Heißt das, dass dann einfach mal irgendwie ein bisschen Gras, ein paar Kilos verloren gehen? Oder heißt das, dass man auch Angst haben muss, abgestochen zu werden oder sonst wie körperlicher Gewalt ausgesetzt ist? Es kommt ganz darauf an, welcher Größenordnung man das macht, wo es natürlich auch bei Kleinen zu Gewalt kommt, aber Schusswaffen und Generellwaffen sind halt bei größeren Mengen dann eher mit am Start, obwohl die Schusswaffen dann eher selten eingesetzt werden, aber einfach um Angst zu machen. Weil wenn jemand mit einer Schusswaffe kommt, dann wehrst du dich nicht mehr, dann gibst du die Ware, wenn du halt nicht eine eigene hast. Und ja, dieses Hochrüsten in der organisierten Kriminalität kommt daher. Also man muss gar nicht so viel befürchten eigentlich, wenn man gerippt wird. Also natürlich gibt es auch Leute, die die dann noch zusammenschlagen oder so. Oder wenn es halt zu einer Auseinandersetzung kommt, mehr Angst müssen eigentlich, die haben die Rippen, dass da dann ein Vergeltungsschlag kommt. Ah, okay. Also das heißt, man ist safe, solange man seine Ware dann abtritt. Aber es kann sein, dass man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt und dann irgendwann nochmal zurückkommt und sozusagen Revanche fordert. Ich meine das so, dass wenn eine Gruppierung die andere rippt oder eine Person eine andere, dann wird das natürlich einen Vergeltungsschlag geben im Sinne von die Person. Also in Holland oder so wird dann jemand erschossen. In Deutschland wird da eigentlich keiner erschossen, aber da gibt es dann halt Schläge. Und vielleicht wird jemand mal im Keller festgehalten, ein paar Tage oder so ein bisschen gefoltert, aber jetzt nicht im Sinne von, was wir uns jetzt, also wir haben jetzt noch keine mexikanischen Verhältnisse hier. Aber es geht halt schon so Stück für Stück in die Richtung. Okay, aber du hast jetzt gesagt, man muss vor der Konkurrenz aufpassen, fast ein bisschen mehr als vor der Polizei. Aber wir müssen natürlich über den Elephant in the Room sprechen. Die Staatsanwaltschaft, die wahrscheinlich sich diese Episode gut anhören wird, die wird jetzt genau die Ohren spitzen. Und zwar wurdest du ja verhaftet und du wurdest verhaftet, wenn ich das richtig gelesen habe, mit 1,3 Kilo Weed und 100 Hanfpflanzen hat man bei dir gefunden. So wurde es zumindest berichtet. Also wie lief das ab? 20 oder so, ich weiß nicht genau, was da drin stand. Im Haftbefehl, aber so ein bisschen über 100. Aber viele waren noch klein. Das weiß ich jetzt natürlich nur von den Fotos aus der Zeitung. Ja, ja, alles klar. Also wie lief diese Verhaftung ab? Die Verhaftung lief so ab, ich bin zu diesen Räumen gefahren. Also ich hatte Geschäftsräume, ich habe ein Start-up auch gehabt. Ich bin zu diesen Räumen gefahren, bin mit meinem Hund nochmal kurz so vorne auf der Wiese rumgelaufen. Dann kam auch kurz schon so ein Auto angefahren. War schon sehr strange so. Da saßen ein Mann und eine junge Frau, die kurz geguckt haben und direkt weitergefahren sind. Dann habe ich den Hund reingebracht. Dann bin ich rausgekommen und wollte gerade was aus dem Auto holen. Und dann kamen halt von allen hin bis Richtung Autos. Also ich glaube drei Autos oder so. Und dann halt ja von allen Seiten. Also auch hinter dem Haus dann auch jemand, oben aus dem Fenster noch jemand. Ich weiß nicht, ich glaube so acht, neun, zehn Beamte so in dem Dreh, die dann halt die Waffen auf mich gerichtet haben. Und dann muss ich mich erstmal hinlegen. Dann gab es doch eine kleine Diskussion, weil die hatten keinen Haftbefehl, keinen Durchsuchungsbeschluss dabei. Und dann habe ich gesagt, zeig mir den Durchsuchungsbeschluss vorher, kommt der nicht rein. Wir sind natürlich trotzdem vorher reingegangen. Das war aber ein bisschen dumm, weil dann musste ich eine halbe Stunde an der Wand stehen mit Handschellen und Socken und die ganzen anderen. Es war in so einem Startup-Zentrum, was auch vom Landkreis gefordert ist. Und da sind viele Startups und das war dann sehr peinlich, weil ich stand dann halt da mit den ganzen Beamten Fuß und Handschellen. Also dir war es peinlich oder? Mir war es natürlich sehr unangenehm, weil die ganzen anderen Startup-Gründer da haben halt einfach gesehen, wie ich da mit Fuß und Handschellen da stand. Halbe, dreiviertel Stunde, bis dann die Staatsanwältin kam. Dann sind wir rein. Mein Hund war drin. Ich wollte dann natürlich nicht, dass er erschossen wird. Das habe ich dann zum Glück regeln können, weil ich hatte einen Maulkorb noch drin und dann haben die total den Terz gemacht. Einer hat noch so dieses Schild gehabt und so einen Schlagstock noch und irgendwie zehn Mann und so. Und dann durfte ich ganz kurz halt die Handschellen ab, weil der Hund halt ein bisschen gefährlich ist, wenn ich hatte. Okay, was war das für ein Hund? Dobermann. Ah, okay. Und dann bin ich rein, habe den Hund, Maulkorb angezogen. Die haben den Hund dann mitgenommen. Danach bin ich eigentlich ja direkt in die Polizei, ins Polizeipräsidium Gießen gefahren worden. Da halt erkennungsdienstliche Maßnahmen und dann halt ab in diese Zelle da, wo halt die ganze Zeit Licht auf dich geleuchtet wird und Kameras auf dich gerichtet sind. Und dann am nächsten Tag zum Haftrichter und dann ab nach Wurzbach. Es klingt jetzt schon alles nicht so angenehm. Wie würdest du diesen ganzen Tag im Nachhinein bewerten, wenn du heute so dran denkst? War auf jeden Fall nicht schön. Für mich war es noch okay. Für meine Freundin war es sehr schlimm, weil die sind dann natürlich zeitgleich auch noch in die Wohnung von mir, wo meine Freundin dann war. Und die haben sich auch ziemlich scheiße behandelt, die Beamten. Und sie hat heute immer noch so Angststörungen schon fast. Also wenn ein Auto schnell angefahren kommt, dann denkt sie, es kommt die Polizei. Obwohl halt es gar keinen Grund mehr gibt, dass sie jetzt nicht noch auf Wurzeln sollen. Machst du dir da selbst auch ein bisschen Vorwürfe? In dem Punkt auf jeden Fall schon, ja. Was meine Freundin angeht, was den Hund angeht, der auch nicht gut behandelt wurde, der auch danach einen ziemlichen Schaden hatte. Und natürlich auch meine Familie. Okay. Gut, das heißt, du hast gerade gesagt, dann ab nach Butzbach. Butzbach war, glaube ich, der Knast, in dem du dann musstest. Ja, Banks, wie war es im Knast? Ja, auch nicht schön. Es gibt schöne Orte, vor allem die JV Butzbach ist schon irgendwie so ein Bau aus der Nazi-Zeit. Mein Anwalt ist in vielen Knästen unterwegs und er meint, es ist der Schlimmste. Und wie lange saßt du da dann? In Untersuchungshaft? Das war ein ziemliches Hin und Her, also ziemlicher Stress. Ich bin erst in Urhaft gekommen in Butzbach, dann erst mal sieben Tage auch wegen Corona, dann noch so diese Isolationshaft. Noch schlimmer, obwohl es auch nicht mehr viel Unterschied macht, ob du jetzt da ein paar Leute siehst oder nicht. Also du verarbeitest erst mal alles. Ich habe auch jetzt nicht wie die anderen alle die ganze Zeit Fernsehen geguckt, um das irgendwie auszublenden, sondern ich habe dann Briefe geschrieben. Und ja, ich habe den ganzen Tag das reflektiert. Du kannst ja nichts anderes machen. Es ist auch nicht das Klientel, mit dem man zu tun haben will natürlich im Knast. Gerade in der JV Butzbach, da sind hauptsächlich nur Leute eigentlich mit Haftstrafen von über fünf Jahren. Eigentlich nur Mörder, Vergewaltiger, mehrfache Gewalttäter. Wie lange warst du drin und wie lange bist du jetzt schon wieder draußen? Wie gesagt, das war so ein Hin und Her, erst ein Monat, dann Haftprüfung. Dann bin ich auf Meldeauflage rausgekommen, also dreimal die Woche dann melden und noch ein paar andere Auflagen. Dann, Überraschung, hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Das Landgericht hat dann entschieden, Haftbefehl wird wieder in Vollzug gesetzt. Dann wurde ich nochmal verhaftet. Dann, warte mal, das ist schon jetzt zu lange her. Und bei der zweiten Verhaftung, ah, da bin ich am nächsten Tag wieder rausgekommen, genau. Das war dann nämlich nicht der erste Haftrichter, sondern ein neuer Haftrichter. Der hat dann komplett den Haftbefehl aufgehoben. Das heißt, ich war quasi komplett free wieder. Und dann, Überraschung, wieder Revision, wieder vor das Landgericht. Die haben dann gesagt, wieder Haft, jetzt in der anderen Stadt und dann wieder von Haftrichter. Das war dann wieder der erste und der hat dann mich wieder nach Butzbach geschickt. Okay, also ziemlich stressig, rein, raus, rein, raus. Also Leute von der JVA, die 25 Jahre da arbeiten, haben gesagt, sowas haben sie noch nie gehört, dass jemand, das es gab, ich glaube, neun Gerichtsbeschlüsse in sieben Wochen zu einer U-Haft. Das ist bis vor das Oberlandesgericht gegangen. Und dann halt wieder U-Haft, ich weiß nicht, das waren drei Wochen oder so, das war zum Glück jetzt keine lange Zeit. Und danach halt nochmal ein Jahr wieder diese Meldeauflage, dreimal die Woche melden und jetzt, ich glaube, vor einem Monat oder so ist es aufgehoben worden. Also jetzt bin ich quasi wieder ein freier Bürger vorerst, bis eben die Verhandlung kommt. Also nicht vorerst, ich bleibe natürlich frei. Okay, also das heißt, du bist jetzt raus, du bist jetzt, wie soll ich das sagen, die Kunstfigur Banks kann jetzt nicht mehr dem alten Job nachgehen. Ich stelle mir vor, dass das für die Kunstfigur Banks ein ganz schöner sozialer Abstieg ist. Also früher 100.000 Euro im Monat gemacht oder wie viel und jetzt sieht das ja wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Wie ist das für dich? Ja, natürlich, man muss sein Lebensstand ein bisschen senken. Ich habe schon ziemlich, ich würde sagen, ja schon ziemlich Probleme gehabt. Also habe dann beim, was war das, in diesen zwei Wochen hatte ich auch schon dann auch einen Job angenommen, weil das natürlich auch gut ist. Wenn man arbeitet, um eben bei der Revision nicht nochmal reinzukommen. Die haben aber gesagt, das wäre nicht gesichert, dass ich da arbeiten würde. Das könnte auch, obwohl das natürlich Quatsch ist. In den zwei Wochen meinst du jetzt? So zwischen den Haftzeiten. Ah, okay, alles klar. Und danach, als ich rauskam, dann habe ich auch, ich glaube, zwei Monate gearbeitet, dann ein YouTube-Video veröffentlicht. Das ging dann halt ziemlich durch die Decke. Also eine Reaction auf Montana Black, der wiederum reagiert hat auf unsere Doku. Genau, über die wir auch noch sprechen, das haben wir jetzt an dieser Stelle noch nicht angesprochen. Stimmt, die eigentliche Frage war ja, wie der soziale Abstieg. Also ich würde es gar nicht als Abstieg bezeichnen, finanziell schon. Aber Finanzen sind natürlich nur ein Aspekt des Lebens. Sozial auf den ersten Blick schon auch, weil natürlich die Leute judgen. Die verurteilen dich erstmal. Die kennen das nur aus der Zeitung oder aus YouTube und dann tun auch Leute, die einen eigentlich gut kennen, die keinen Bezug zu sowas haben. Dann denkt man, das ist ein gefährlicher Mensch. Ja. Aber macht dir das gar keine Sorgen? Hast du keine Angst, davor wieder in den Knast zu müssen? Denn das Verfahren kommt ja noch. Ja, also ich gehe zur Not. Also wenn mir wirklich Knast drohen würde, würde ich bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Ansonsten, wenn die mir eine kleine Strafe geben. Also eine Bewerbungsstrafe zum Beispiel ist auch eigentlich eine krasse Strafe. Aber ich weiß halt, ich werde nie wieder in irgendeiner Art und Weise Strafgesetze brechen. Und ja, also. Ja, von daher würdest du klarkommen mit einer Bewerbungsstrafe, glaubst du? Eine Bewerbungsstrafe ist okay. Ja. Natürlich, man will das Maximum haben. Also am besten wäre natürlich ein Freispruch, was ein bisschen unrealistisch ist. Mal schauen. Also ich denke mal, die werden versuchen, was geht. Also mir versuchen, hohe Geldstrafen zu geben. Und das wird dann also ein ziemlicher Kampf da, glaube ich, zwischen Anwälten und Staatsanwaltschaft. Okay, das liegt alles noch in der Zukunft. Da wissen wir jetzt auch noch nicht genau, was passieren wird. Aber du hast jetzt die ganze Zeit schon das Wort Doku in den Mund genommen. Und ich glaube, es gibt ein paar Leute, die sich jetzt fragen, welche verdammte Doku, wovon redet der eigentlich? Und das ist, ich glaube, da müssen wir jetzt spätestens dazu kommen. Denn das war der Grund, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben. Du bist irgendwann zu uns ins Büro reinmarschiert und hast gesagt, Hallo, ich bin der und der, ich mache dieses und jenes. Und ich habe bei meinem Job festgestellt, es gibt ein riesiges Problem, nämlich, dass Cannabis, das wir, das alle Leute so konsumieren, ist gestreckt mit synthetischen Cannabinoiden. Was ist das eigentlich? Erzähl doch nochmal. Synthetische Cannabinoide sind im Labor, also nachempfundene Cannabinoide, also die ähneln von der Wirkung den echten Cannabinoiden, die in der Cannabispflanze sind. Okay. Sowas wie THC, CBD, CBC und die ganzen. Okay, das mal kurz zusammengefasst. Also es gibt verschiedene Wirkstoffe in Cannabis. Genau. Und THC ist das, vereinfacht gesagt, von dem man high wird. Genau. Von CBD wird man nicht high. Und genau, das sind alles Cannabinoide. Genau. Und die synthetischen ahmen die Wirkung vom THC nach. Okay. Sie ahnen es nur nach, die Wirkung ist nicht gleich. Und es hat ein ganz anderes gesundheitliches Risiko, so etwas zu rauchen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Die gab es mal in Kräutermischungen und irgendwann kamen dann die Leute auf die Idee. Also da gab es so diesen Trend auch in den Medien. Ja, Haze. Jeder wollte Haze. Und ja, dann haben die Leute sich gedacht, Haze-Trains anbauen dauert deutlich länger wie Indica-Trains. Wir werden deutlich längere Blütezeit haben. Da musst du jetzt kurz mal den Unterschied erklären, was das jeweils ist, weil ich glaube, das weiß nicht jeder. Also Haze ist, glaube ich, eine besonders starke Sorte von Cannabis, richtig? Genau, hat einen hohen THC-Gehalt in der Regel. Also macht es besonders high sozusagen. Limetten-Zitronen-artig, also meistens sehr giftgrüne, potente Sorten. Und die sind Sativa-lastig, also es gibt ja Indica und Sativa-Cannabis. Und Indica-Pflanzen sind klein und buschig, haben eine kurze Blütezeit, also es dauert nicht so lange, die anzubauen. Und Haze-Trains, beziehungsweise Haze-Trains sind Sativa-dominierte Strains. Und die wachsen eben groß und haben eine lange Blütezeit. Ganz kurz, du sagst auch nochmal, Sativa, Indica, was bedeutet das jeweils für denjenigen, der das dann konsumiert? Von der Wirkung her, also Indica, das ist nur eine Tendenz, also eher ein bisschen körperlastiger und Sativas eher was im Kopfsturm macht. Okay, dann lass mal kurz zurückgehen zum Anfang. Das heißt, es gibt also Cannabis auf dem Markt, das hast du damals gesagt, deshalb bist du damals bei uns vorbeigekommen, hast gesagt, hey, darüber müssen wir irgendwie berichten. Es gibt Cannabis auf dem Markt, das besprüht wird mit einer Chemikalie und die Chemikalie macht dann was genau? Also was passiert dann, wenn ich dieses Gras konsumiere, das mit dieser Chemikalie, diesen synthetischen Cannabinoiden behandelt worden ist? Also noch dazu kurz, es wird nicht nur mit synthetischen Cannabinoiden meistens behandelt, sondern da ist dann ein ganzer Cocktail, also auch noch Chemikalien, die dann das Harz nachempfinden, also zum Beispiel Kunst und Klebstoffe. Damit das schön glänzt. Ich habe auch die Vermutung, dass die Butter ein bisschen künstlich heller gemacht werden. Teilweise ist ja auch CBD-Kras, was mit synthetischen Cannabinoiden besprüht wird oder halt einfach nicht so potente Sorten, die dann eben zum Haze gemacht werden, was teurer verkauft wird. Und die Wirkung unterscheidet sich für einen komplett unerfahrenen Nutzer nicht. Wenn man bei Oberst Cannabis öfters geraucht hat, dann merkt man auf jeden Fall den Unterschied, weil synthetische Cannabinoide wirken sehr auf einen Schlag. Nach 20, 30 Minuten enden sie abrupt und THC, man kennt das, man raucht und das legt sich, wie immer bildlich gesagt, wie ein Schleier überein. Also man wird so langsam high und es geht dann auch langsam irgendwann wieder weg, aber in der Regel dauert das ein paar Stunden, das dann wieder komplett nicht schnell ist. Das kommt natürlich auf die Toleranz und so weiter an. Das heißt, es gibt Grassorten, die nicht so stark sind, nicht so high machen und deshalb besprüht man die einfach mit diesem Zeug, pimpt sie noch mit anderen Streckmitteln, damit sie gut aussehen, damit sie gut riechen und verkauft sie dann als das absolute Killergras, zum Beispiel als Haze. Und das hat dann den Vorteil, dass ich mehr Geld machen kann, oder? Weil ich quasi Billigweed zu teurem Weed mache, aber nur indem ich diese Chemikalie draufsprühe und ich weiß nicht, ist die besonders teuer? Die Chemikalie kostet quasi nichts. Also ich habe das mal gegoogelt, was die so kosten. Ich habe die natürlich nie selbst gekauft, aber ich habe es jetzt nicht mehr im Koffer, aber ich glaube 6, 7 Dollar oder so für einen Gramm und man braucht für einen Kilo Cannabis zum Strecken halt. Also je nachdem, wie stark man es macht, so 2 bis 5 Gramm und da kann man sich umrechnen. Also der Wirkstoff kostet dann fast nichts, aufs Gramm gerechnet. Okay. Ein paar Cent. Okay, aber was ist eigentlich wirklich so gefährlich daran an diesen synthetischen Cannabinoiden, wenn man die unwissentlich konsumiert? Was kann dann mit mir passieren, was nicht passieren soll? Im schlimmsten Fall der Tod, was aber nur selten passiert, weil Dealer wollen natürlich keine Toten. Das weckt die Ermittlungsbehörden und Medien, das ist nicht gut. Deswegen wird das schon so dosiert, dass man langsam zum Junkie wird. Also synthetische Cannabinoide machen auch körperlich abhängig im Gegensatz zu sauberen Cannabis. Okay. Das Hauptproblem, würde ich sagen, ist ja, das Suchtverhalten wird verändert. Also die Konsumenten auch dadurch, dass die Wirkung so schnell endet, wird es halt öfters dann noch einen zweiten Giant rauchen. Dann noch der dritte, der vierte, der fünfte. Und man kommt mehr in diesen Teufelskreislauf hinein, öfters zu kiffen und dadurch natürlich auch größere Mengen zu rauchen. Das heißt, es ist so ein Doppel-Effekt auch für die Dealer. Also die Gewinnmarge wird stark erhöht und auf der anderen Seite auch der Umsatz, weil einfach die Leute mehr rauchen, weil sie eben zu Chemie-Junkies werden. Okay, wir haben das ja... Ich wollte noch kurz zu den gesundheitlichen Gefahren was sagen. Also die Forschung ist da natürlich noch nicht so weit, weil das Phänomen halt noch nicht so lange in der Öffentlichkeit bekannt ist. Es gibt aber auf jeden Fall schon Hinweise, dass es krebserregend ist, dass es aufs Herz sich schlecht auswirkt. Aufs Gehirn auf jeden Fall auch. Also es soll auch verdummen, was natürlich auch nicht gut ist und sich auch auf das Erbgut eventuell auswirken. Okay, also es ist nicht zu empfehlen, das zu konsumieren. Dann würde es ja helfen, wenn man es gut erkennen könnte. Geht das? Das ist das nächste Problem. Erkennen kann man es eigentlich gar nicht. Also nur an der Wirkung, die ich vorhin erklärt habe, also dieses abrupte Starten und Enden der Wirkung, also dass das Hai auf einen Schlag da ist, direkt nach dem Ziehen und dann irgendwann zack wieder weg ist. Das wird aber teilweise auch von den Dealern ein bisschen auskaschiert, indem zum Beispiel noch Klebstoffe hinzugefügt werden. Die machen auch noch so ein unterschwelliges Hai und dann fällt das nicht mehr so ganz so auf, dieses abrupte Ende. Es gibt nur die Möglichkeit, das im Labor zu testen, aber da gibt es nur wenige Stellen in Deutschland. Drug Checking ist ja leider nicht erlaubt, obwohl es da jetzt einen Verein gibt, wo man es hinschicken kann. Das heißt, wo man die Inhaltsstoffe von Drogen testen lassen kann, um zu gucken, ob da irgendwas drin ist, was nicht drin sein soll. Genau, seit der Doku gibt es da schon so Angebote, auch um synthetische Cannabinoide testen zu lassen. Problem ist aber auch, die synthetischen Cannabinoide kommen aus China. Die stellen da halt jede Woche ein paar neue Arten von her und deswegen gibt es auch keine Tests oder so. Also es gibt zwar Schnelltests auf synthetische Cannabinoide, die sind aber im Prinzip sinnlos, weil da werden dann vielleicht zehn getestet und sind eh schon wieder neu auf dem Markt. Also neue synthetische Cannabinoide, wo irgendwie die Formel ein bisschen verändert wurde und dann können sie nicht mehr erkannt werden. Genau, dann können sie nicht mehr erkannt werden. Und auf der anderen Seite, wenn Leute das lange konsumieren, wenn das synthetische Cannabinoide wechselt, dann kickt das wieder stärker. Dann sind die Leute wieder glücklich, weil die Toleranz halt quasi wieder auf Null ist. Okay, also du kamst damals mit diesem Thema an. Wir haben eine Dokumentation darüber gemacht. Die haben allein bei YouTube in Deutschland und international vier Millionen Leute gesehen. Das heißt, wahrscheinlich haben einige Leute danach gesagt, okay, ich kaufe dieses Zeug nicht mehr. Das heißt, einige Leute haben deshalb große finanzielle Verluste gemacht, also einige Dealer. Wie war die Reaktion aus dem kriminellen Milieu? Also musstest du danach umziehen oder was ist passiert? Ich bin seit der Verhaftung, ich glaube, dreimal umgezogen. Ne, seit der Doku dreimal umgezogen, genau. Ah ja, okay. Und ja, also einer im Knast hat mir gesagt, also die meisten sitzen da schon so lange, dass sie gar kein YouTube kennen. Oder es gab sogar einen, der wusste nicht mehr, was ein iPhone ist. Aber der eine, der, ich glaube, ein oder zwei Tage nach mir reinkam, auch mit einer größeren Kilozahl in der Anklage, der meinte zu mir, ja, nach der Doku haben die Kunden angefangen zu stressen. Und das freut sich, oder? Auf jeden Fall, klar. Das war ja auch das Ziel, dass die Leute aufgeweckt werden, was sie da überhaupt konsumieren. Dass sie sich über den Gefahren bewusst sind, weil es gibt keine größere Gefahr wie die, die von der keiner weiß. Ja. Dann können die Leute darauf nicht reagieren. Ich mache mir jetzt auch nicht die Illusion, dass es kein Chemiekras mehr gibt. Also es gibt es, ist wahrscheinlich noch stärker geworden. Also es ist ja damals schon relativ stark verbreitet gewesen. Ich denke mal, dass es jetzt noch weiter verbreitet ist, einfach weil halt viel Zeit vergeht. Und es werden immer noch viele hunderttausende Menschen, das in Deutschland leider rauchen. Aber die, ja, die, sie wissen es wenigstens. Und deshalb steht man vor der Entscheidung, rauche ich das oder rauche ich das nicht. Ja. Okay, also jetzt haben wir zwei Themen besprochen, die, bei denen man mutmaßen könnte, dass sie etwas damit zu tun haben, dass Cannabis illegal ist. Also das eine ist, Leute werden verhaftet. Das andere ist, dass unkontrolliert Cannabis verkauft wird, in dem irgendein Zeug drin ist. Das könnte sich ja vielleicht mit der Legalisierung ändern. Also im Koalitionsvertrag hat die Ampelkoalition festgelegt, dass sie die Qualität kontrollieren möchte und die Weitergabe von verunreinigten Cannabis verhindern möchte. Deshalb möchten sie unter anderem legalisieren. Wie siehst du das? Kann eine Legalisierung da was verändern oder bleibt das trotzdem bestehen? Definitiv ändert da was die Legalisierung. Also das ist ein Gamechanger. Jetzt haben die Leute gar nicht die Möglichkeit, sauberes Cannabis zu konsumieren. Also es sei denn, man kennt halt jemand, der das irgendwie direkt anbaut. Dann kann man sich sicher sein. Ansonsten, ja, spielt man eigentlich russisch Roulette mit seiner Gesundheit, wenn man in Deutschland kifft. Und bei der Legalisierung in einem kontrollierten Markt, und ich hoffe, dass da auch die Qualitätskontrollen sehr stark sind, dann wird es so ein Phänomen noch nicht mehr geben. Der Schwarzmarkt orientiert sich ja auch ein bisschen am legalen Markt. Also in einem Land, wo Cannabis legal erhältlich ist, da kannst du dann keinen Drecksgras an den Mann bringen, sag ich mal. In Deutschland ist es halt so, viele Leute wollen das, die wissen gar nicht mehr, wie überhaupt normales Cannabis wirkt oder schmeckt. Aber könnte es nicht sein, dass es einen legalen Markt gibt, auf dem das supergut kontrollierte und durchleuchtete und geschützt aufgezüchtete Cannabis sehr teuer ist und die Leute dann sagen, hm, kann ich mir nicht leisten, die ganzen Steuern, die man darauf zahlen muss. Ich kaufe weiterhin am illegalen Markt und ich kaufe weiterhin Gras, das vielleicht verschmutzt ist. Ich denke mal, dass da die Dokumentation auf jeden Fall und das Bewusstsein, was jetzt dafür erschaffen wurde, den legalen Markt auf jeden Fall stark pusht in Deutschland und den Kriminellen schwerer macht. In Kalifornien ist es ja so, der legalen Markt ist ungefähr ein Drittel und zwei Drittel ist immer noch der Schwarzmarkt, weil die Kalifornier den Fehler gemacht haben, dass sie so hohe Steuern und Regularien eingeführt haben, dass die Preise einfach nicht konkurrenzfähig sind. Also der Preis von Cannabis muss konkurrenzfähig gegenüber dem Schwarzmarkt sein. Am besten sogar noch ein bisschen darunter, also dass es sich gar nicht mehr lohnt. Das wäre natürlich das Schönste, aber so zumindest mal irgendwo so zwischen Wien und Holland, also so 8 bis 13 Euro das Gramm, vielleicht bei einer, bei manchen Calistrain sind es ein bisschen teurer noch, aber eine Konkurrenz... Calistrain ist ein besonders gutes Weed, ein besonders gutes Cannabis. Ja, also Kalifornien hat es halt einfach business-technisch deutlich schlauer gemacht wie die Deutschen, die waren nach Kanada und Colorado die Ersten, die Cannabis legalisiert haben, haben starke Marken auf dem Markt, also die auch weltweit bekannt sind, also Cookies zum Beispiel. Das kennt doch in Deutschland fast jeder aus der Cannabis-Szene. Jeder Rapper rappt da drüber. Die haben also den schlauen Schritt gemacht, früher zu legalisieren und dadurch sind die einfach in der Entwicklung von Strains und eben von Marken viel weiter wie wir. Okay, da gibt es ja verschiedene Länder, die auf verschiedene Art und Weise legalisiert haben. Dazu haben wir für euch dann noch eine eigene Episode, wo ich mit einem absoluten Legalisierungsexperten sprechen werde, der das dann nochmal alles genau erklärt, welche Länder, was wir gemacht haben und was wir in Deutschland vielleicht auch anders machen sollten. Aber ja, du hast den legalen Markt erwähnt und du versuchst ja selbst jetzt dort Fuß zu fassen. Wie läuft es für dich? Ja, sicher. Im legalen Markt kann ich ja noch nicht so richtig Fuß fassen. Also ich kann ja, es dauert ja noch bis zur Legalisierung, aber die ersten Schritte in diese Richtung sind gemacht. Also ich habe eine CBD, ich nenne es nicht Firma, sondern ja eine Brand erschaffen, die schon mal auf dem Markt ist und sehr, also Top-Shelf-CBD und CBG-Flowers anbietet und sehr hochwertige Grinder und Rolling Equipment. Also das heißt... Das ist so CNC-gefräst, das es so in der Qualität einfach noch nicht gibt. Also das heißt, du beschäftigst dich jetzt mit Cannabis, das nicht high macht, also CBD und ja, Grinder, also zum Kleinmachen von Gras. Ja, Mode kommt noch, also eine Cannabis-Lifestyle-Brand, die ich aufbaue und die soll dann natürlich auch irgendwann THC-haltiges Cannabis inhalten. Okay, und möchtest du dann auch einen Coffeeshop oder sowas aufmachen? Ja, jetzt keinen einzelnen Coffeeshop, sondern mein Ziel ist es, eine starke Marke in Deutschland zu etablieren. Und ja, ich habe jetzt noch nicht die ganz konkreten... Das ist noch nicht alles, sage ich mal, Butter, aber wie Cookies in jeder größeren Stadt und Standort wäre schon sehr nice. Okay. Oder eben halt ein Produkt, was in verschiedenen Coffeeshops angeboten wird, also eigene Tüten, beziehungsweise Gläser und Allables und so weiter. Im Moment ist es ja so, es gibt Cannabis auf Rezept in Deutschland, das ist legal. Also wenn ich ein Rezept habe, kann ich in die Apotheke gehen und mir dort Cannabis holen. Und das wird hergestellt von drei großen Unternehmen. Zwei davon kommen aus Kanada, eins aus Deutschland. Und jetzt könnte ich mir gut vorstellen, wenn Cannabis legal wird, so zum Freizeitkonsum, fahren die einfach ihre Produktion hoch und übernehmen den Markt. Also ist da überhaupt noch Platz für jemanden wie dich? Oder musst du bei denen dich dann, dir einen Job suchen? Nee, das werde ich nicht machen. Also ich bin auch gut vernetzt, auch in Kalifornien, in der Schweiz und so weiter, also wo auch schon größere Firmen hinterstehen. Das ist jetzt auch noch nicht irgendwie unterschrieben oder so, aber ich habe zufälligerweise mal in Barca... Also ich war nicht auf der Spannabis, das ist eine Cannabis-Messe in Barcelona, aber zufällig war ich eben an diesem Wochenende da, wo die Spannabis war und habe dann einen, ich glaube so 50 Jahre alten Mann kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er Biotechnologe ist. Und dann später hat sich herausgestellt, dass er Cannabis-Biotechnologe ist und der Erfinder von Girl Scout Cookies ist. Also einer der bekanntesten Strains in Kalifornien und auch einer der ersten Produzenten von Cannabis. Also Strains ist eine Cannabis-Sorte sozusagen. Genau, also er tut alte Landrasten, alte Strains weiterzüchten, also um sie zum Züchten. Also er tut eigene Genetiken entwickeln und eben auch Cannabis anbauen. Und mit solchen Leuten bin ich in Kontakt und versuche dann natürlich das Branding von mir mit den ihrer Professionalität und eventuell auch mit dem ihrem Startkapital dann umzusetzen. Aber ich will natürlich möglichst eigenständig sein. Also am liebsten wäre es mir, wenn jetzt das CBD und die Mode und die Griner und so weiter so gut laufen, dass ich selbst dann finanziell so einen guten Start, also mit mehreren Standorten dann auch schon machen kann. Das wird sich halt zeigen, wie es jetzt läuft. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie jetzt genau die Gesetze ausformuliert werden. Also wenn die bürokratischen Hürden sehr hoch sind, dann sind natürlich die Großen immer im Vorteil und die Kleinen im Nachteil. Und wenn das Ganze relativ offen ist, der Markt, dann werden da denke ich mal viele Player mit dem Markt sein. Also es wird sich zeigen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Du hast jetzt das angesprochen, du triffst dich mit anderen Leuten in diesem legalen Cannabis-Geschäft und willst mit denen zusammenarbeiten. Aber wie reagieren die denn auf dich, wenn die hören, okay, da kommt noch ein Ermittlungs- oder da läuft ein Ermittlungsverfahren gegen mich wegen 1,2 Kilo und 100 Pflanzen und wie finden die das? In der Anklageschrift stand sogar eigentlich genau das, was ich auch in der Doku gesagt habe. Nicht Anklageschrift, sondern Haftbefehl. Die reagieren da eigentlich ganz locker drauf. Branding ist alles, sag ich mal. Also ich habe Ahnung vom Fach. Ich habe eine gewisse Reichweite jetzt über YouTube in dem Bereich. Und da tut mir irgendwie das Verfahren dann, also privat schadet es mir natürlich sehr. Das Verfahren hat meine privaten Beziehungen sehr belastet. Aber im Geschäftlichen ist das eher ein Push. Okay, interessant. Kann man sagen... Also der Schweizer, das ist auch der Vorsitzende, glaube ich, vom Schweizer Cannabisverband oder so, der hat mir zum Beispiel gesagt, sowas nach dem Motto, ja dann bist du vom Fach, du kennst dich aus und... Okay, du bist vom Fach, also können Erfahrungen aus deiner Laufbahn vor der Festnahme von Vorteil sein, um in Zukunft, wenn es diesen legalen Markt gibt, dort aktiv zu werden? Definitiv. Ich kenne mich mit allen Bereichen aus. Also natürlich mit Cannabis selbst, mit den ganzen Marken, mit... Also aus Kalifornien zum Beispiel. Irgendwo ist auch, ja das Dealen, wie soll ich sagen, der MBA der Straße. Also man lernt da auch schon so die klassischen Business-Sachen, die man auch in einem legalen Geschäft anwenden kann. Also viele machen das ja, also die jetzt nicht in den legalen Cannabis-Markt, sondern oft ist das auch ein Sprungbrett. Also jemand macht das ein halbes Jahr oder zwei Jahre oder so, legt sich sehr viel Geld zur Seite, macht dann Läden auf oder ganz normale Unternehmen, also Handwerksunternehmen oder was auch immer. Das ist ja schon bei vielen so der Schritt quasi, also einmal Startkapital, aber auch so ein bisschen, ja lernen, mit Geld umzugehen, mit Menschen umzugehen. Man lernt ja ganz unterschiedliche Charaktere kennen. Also im Großhandel ist das ein, also ein Typ Mensch, sag ich mal. Also immer männlich, immer zwischen, sag ich mal, 20 und 35 und meistens ein bisschen breiter gebaut wie ich. Aber ansonsten, wenn wir jetzt in Kontakt, also die Kunstfigur Banks stand gerade am Anfang natürlich auch, im Kontakt mit Cannabiskonsumenten und das halt die ganze Gesellschaft vertreten. Und überall kommt man ins Gespräch und überall nimmt man was mit. Das tut dann auch irgendwie, ja, menschlich und auch im Allgemeinwissen fortbilden, weil du redest mit jeder Person was anderes, auch wenn es nur ein kurzes Gespräch ist, dann ist halt alles, also jede gesellschaftliche Schicht ist da vertreten, vom Professor bis zum Hartz-IV-Empfänger. Natürlich gibt es manche, die öfters vertreten sind, also Studenten sind halt natürlich sehr oft vertreten. Also ich weiß nicht, welcher Studenten es nicht gibt, so gefühlt. Also es gibt ja sogar eine Statistik, dass von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass über 50 Prozent, also bei der Lebenszeitprävalenz, über 50 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben letztes Jahr angegeben, dass sie schon das ein oder andere Mal Cannabis geraucht haben. Und ja, Cannabis ist einfach so weit in der Gesellschaft vertreten, gerade in der jungen Generation, dass man da jeden Typ Mensch kennenlernt. Okay, das heißt, du fühlst dich gut vorbereitet, du hast die, wie man so sagt, Straßenuniversität besucht. Genau. Und du weißt auch von anderen, von Dealern, die das auch vorhaben, also deren Plan es ist, in das legale Geschäft rüber zu wechseln? Ja, schon ein paar. Also ich habe jetzt nicht mehr so viel Kontakt zu Leuten oder eigentlich gar keinen Kontakt zu Leuten, die das irgendwie größer machen oder so. Und ich weiß es nicht, aber ich denke mal, da werden natürlich viele Illegalen, ihr illegales Geschäft auf ein legales umswitchen, obwohl ich da bezweifle. Also viele in dem, also früher war es noch so, dass Idealisten und Cannabis-Liebhaber in dem Markt stark vertreten waren, aber mittlerweile sind das eigentlich eher Berufskriminelle, die da vertreten sind und die haben auch nicht die Ahnung, sage ich mal, von Cannabis. Also es gibt Leute, die verkaufen große Mengen, also mehrere Kilo am Tag und haben wirklich gar keine Ahnung von Cannabis. Und die haben es natürlich noch schwer, weil Leute, die jetzt in diesen Zug aufspringen wollen, sagen, da gibt es zehn Milliarden oder wie viel auch immer im Jahr Umsatz und die sich mit dem Thema nicht beschäftigen und keine Liebe zu Cannabis haben. Ich glaube, die werden nicht lange am Markt sein. Okay, also ich würde sagen, nach diesem Gespräch, das wir jetzt hatten, kann man sagen, du hast durchaus etwas Liebe für Cannabis und da würde mich natürlich interessieren, Obwohl ich aktuell gar nicht mehr wirklich kiffe, also nur noch ganz selten mal. Das musstest du jetzt aber noch sagen, oder? Nur im Ausland natürlich, nur in Holland und Spanien, wenn ich da mal bin. Nein, generell, also wirklich, ich kiffe fast gar nicht mehr, einfach weil ich so viel zu verarbeiten hatte. Aber die Liebe zu Cannabis ist schon noch da. Man hat sich viele Jahre damit beschäftigt und die Pflanze ja zu lieben gelernt. Okay, und wann wird es legal? Was würdest du sagen? Gib mir ein Datum. Also, ja, keine Ahnung. Das musst du einen Politiker fragen. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich geht. Jeder Tag zählt. Also Lauterbach hatte ja, was ich auch noch erwähnen wollte, ein kleiner Themen-Switch. Der hat ja das mit dem Chemie-Gras irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob er sich das Video nur davon gehört hat oder so, da hat ja dann beim ZDF was von Heroin-Gras geredet. Aber was er eben auch gesagt hat, dass das nicht so die Eile wäre mit Cannabis. Das ist aber nicht so. Jeder Tag, wo Cannabis weiter illegal ist, schadet der Gesundheit von hunderttausenden Menschen. Also die Zeit drängt bei der Legalisierung. Jeder Tag ist wichtig. Jeder Tag kann Menschenleben gefährden. Und die Politik sollte schon vor der Legalisierung ein paar Schritte einleiten, die man auch einfach machen kann und auch schnell im Gesetzgebungsprozess. Drug-Checking legalisieren, dass die Leute überhaupt wissen, was sie rauchen und eine flächendeckende Möglichkeit haben, um ihr Gras testen zu lassen. Und das Zweite wäre natürlich gut, wenn man noch den Eigenanbau, der auf jeden Fall ein gutes Instrument gegen Streikmittel ist. Weil wenn die Leute selbst anbauen, die machen sich natürlich keine synthetischen Cannabinoide drauf. Ja, klar. Und seinen Freund vergiftet man auch nicht. Und wenn man das Ganze vom Strafrecht in die Zuständigkeit des Ordnungsamtes erstmal überführt, dann ist es ja noch nicht illegal. Aber du kannst ja mal einen Richter Müller fragen, was er davon hält. Ja, der Richter Müller, der kommt hier auch noch vorbei. Mit meinen paar Semestern Jura-Studium bin ich da noch nicht fit. Ah, du hast Jura studiert. Ja, ich habe ein paar Semester studiert und dann nach der Doku war das halt vorbei. Also ich werde auch keine Zulassung als Richter bekommen. Das glaube ich auch nicht. Aber es wird dir hoffentlich helfen bei dem, was... Die Basics schauen hier. ...was als nächstes kommt. Also ein Verfahren steht dir ja noch bevor. Wir werden natürlich weiterhin darüber berichten und gucken, was da passiert. Danke jedenfalls, dass du heute vorbeigekommen bist und ich bin wieder ein Stück schlauer geworden und ich fühle mich schon so, als ob wir der Legalisierung wieder ein kleines Stück näher gekommen sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer froh, über das Thema reden zu können, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Vielen Dank dafür, auch mir die zweite Möglichkeit zu geben hier. Danke dir.